Im Show-Business kennt Atze Schröder sich nach 30 Jahren bestens aus. Und er weiß auch, dass hinter den Kulissen nicht immer alles so schön ist, wie die Fans sich das vorstellen. Mittlerweile steht Atze Schröder schon seit über 30 Jahren im Rampenlicht. In dieser Zeit hat er viele Promi-Kollegen kennenlernen dürfen und seine ganz eigenen Erfahrungen gesammelt. Leider waren diese nicht immer nur positiv. In einem Interview verrät der Komiker nun, dass sich im Show-Business manchmal auch ganz schön tiefe Abgründe auftun können. Atze Schröder Die Branche hat tiefe Abgründe. Hinter den Kulissen gibt es erstaunlich viel Verwirrung, Traurigkeit, Alkohol, Drogen und Depressionen. Ich kenne eine Menge unglücklicher, prominenter Menschen und habe schon viele Abstürze miterlebt. Umso dankbarer bin ich, dass ich so ein großes Talent zum Glücklichsein habe, erklärt Atze im Gespräch mit dem Stern. Zwar sprechen einige Promis über ihre Depressionen, doch es gibt auch viele, die damit nicht an die Öffentlichkeit gehen wollen. Das ist wirklich ein großes Thema, und es gibt auch viel Neid und Missgunst, weiß der 58-Jährige. Auf dem roten Teppich und der Kamera tun die meisten gerne so, als würden sie alle Kolleginnen und Kollegen lieben, aber hinter dem Rücken werden dann die Messer gewetzt. Da freut man sich heimlich diebisch über jeden Shitstorm, den der andere erntet. Gegenseitige Unterstützung habe ich dagegen nur selten erlebt. Auweia!